Unterwegs in den Walliser Alpen, beim grossen St. Bernhard, auf der Cresta de Vela. Blick auf den Mont Vela. Nach links der gewaltige Gran Comba, der mächtigste Eisberg der Alpen zusammen mit dem Mont Blanc. Nach links Le Rittor, bravo Nicole, vor einem Jahr waren wir dort oben, vielen Dank. Nach links Petit Comba, Blick Richtung Osten, das Tal hinaus, Richtung Orsier, Le Caton, Lac de Champagne, dann du Midi. Weiter nach links das schweizerische Mont Blanc-Massiv mit Eguidore, Jardone, Tour Noir. Und hier das Dreiländereck Mondola, wo sich die Grenzen Schweiz, Frankreich und Italien treffen. Links im Hintergrund, die weltberühmte Gran Choraz. Ein wunderschöner Tag, ein Paradies. Besten Dank und allen guten Touren. Hm.